willkommen zum neuen video mal wieder ich habe mich lange nicht gemeldet warum eigentlich das ist eigentlich immer eine frage der priorität also will man ein video machen oder gibt es wichtigeres und in dem fall will ich mich gar nicht rausreden es gab scheinbar wichtigeres als videos zu produzieren und deswegen melde ich mich erst jetzt wieder zurück wir sehen hier den sparratenverlauf und schadverlauf von dem etf wenn ich video ist video gaming esports etf den wir letztes jahr ganz kräftig bespart haben mit 250 euro und er ist jetzt gefallen auf ein niveau dass man nur sehr kurzfristig am anfang der besparung erreichen konnte ein bisschen ärgerlich weil wir jetzt hier quasi auf hohem niveau bespart haben ich will weiter in die video gaming esports branche investieren ich sehe da weiterhin recht viel potenzial sie da drin einen zukunftsmarkt deswegen werden wir hier die rate nur um 50 euro reduzieren auf 200 euro wenn ich ganz familiär ist mit der sparplan challenge die sparplan challenge ging im ersten jahr mit 100 euro los dann auf 600 euro hoch und mittlerweile reduziert sie sich jedes jahr um 50 euro gegen den trend ja also statt mehr zu investieren investieren wir weniger in etfs und dann gibt es hier zwei sparpläne die ich ausführen lassen habe über das letzte jahr einmal die nasdaq 100 etf da sind pro monat 100 euro eingeflossen und wir kommen jetzt oft auf ungefähr 1200 euro also im grunde ist jahr über gleichmäßig bespart auf diesem niveau etwa dann haben wir den prime japan bespart da hatte ich hat relativ viel zu japan gesagt und ein paar bilder von japan eingeblendet japan arbeiten sehr viel lief nicht ganz so gut vier prozent im minus ist aber auch verkraftbar dann haben wir eben noch diesen gaming etf bespart der lief dann nicht ganz gut bzw ist jetzt eben relativ stark gefallen also hier geht es mit 200 euro weiter und die anderen etfs die will ich auch weiter besparen also der prime japan und den nasdaq 100 und neu dazu kommt der new energy etf der ist auch auf jahressicht ungefähr unverändert wieso will ich da rein investieren unser finanzminister linden hat gesagt erneuerbare energien sind freiheitsenergien oder sowas man will verstärkt in erneuerbare energien investieren man will sich unabhängig machen von dem russischen gas und dadurch wird viel geld in ihm die unternehmen fließen die diese erneuerbare energienwende ermöglichen es gibt noch einen von ishares der ist aber sehr sehr ähnlich zusammengesetzt wir nehmen hier den luxor der ist ein wenig günstiger der hat eine tr von 0,6 der von ishares hat eine kostenquote von 0,65 und dann habe ich mir eben die unternehmen angeschaut solar edge das wird der photovoltaik an photovoltaik hersteller sein oder sowas ähnliches vielleicht auch ein betreiber wir haben hier windanlagen hersteller sehr wahrscheinlich drin und also sachen wir können hier mal in face energy googeln und was machen die ja photovoltaik und speicherlösung genau wieso nur 100 euro pro monat wo sieht man das noch mal hier oder mensch ja weil eben diese diese neuigkeiten jetzt schon relativ stark eingepreist sind denke ich der der etf ist dann auch in folge so ein bisschen angesprungen und ich denke ich spekuliere besser gesagt darauf dass sich dieser hype nächsten sechs monaten oder ja sogar bis ja übers nächste jahr legen wird und dass man dann vielleicht die günstiger besparen kann das heißt wir fangen jetzt mal an und schauen dann dass das wir irgendwie hier günstiger weiter besparen können nächstes jahr falls es eben nicht günstiger wird dann sind wir jetzt schon mit 100 euro dabei so sieht es aus mit der sparplan challenge warum mache ich hier weiter mit den zwei mit 50 euro ja weil 1000 oder 1200 euro position ist einfach irgendwie klein und ja meine etf position sollten irgendwie ein bisschen größer sein als vielleicht zu so einzelaktien position deswegen will ich einfach noch ein bisschen nachlegen ist so eine geschmackssache ja das soll es dazu gewesen sein zu meiner sparplan challenge nummer sechs wir sparen ab jetzt mit 400 euro was steht bei euch an was bespart ihr aktuell lasst es mich wissen das war es von mir peace out multi